Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Ihr habt dieses Video vermutlich gefunden, weil ihr bei eurem Geschirrspüler den Fehler E3100 oder auch E3100 habt. Dieser Fehler ist mit dem alten Fehlercode E15 gleichzusetzen und was ihr da unternehmen könnt, damit dieser Fehler nicht wieder auftaucht und verschwindet, zeige ich euch in diesem Video. Der Fehler E15 bei Bosch, Siemens und Constructa Geschirrspülgeräten bedeutet, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Um den Fehler zu beseitigen, muss natürlich das Wasser auch wieder entfernt werden. Wie das am einfachsten geht, zeige ich euch in diesem Video. Zuerst öffnet ihr das Gerät, schraubt auf der linken und auf der rechten Seite diese Schrauben ab. Wenn ihr dort schaut, sind meistens von den drei Schrauben zwei etwas anders gestaltet. Damit ist die Möbelfront festgeschraubt. Diese beiden Schrauben löst ihr. Bei vollintegrierten Geräten befinden sich ganz oben noch links und rechts hier eine Schraube. Wenn ihr diese Schrauben entfernt habt, das sind die längeren, könnt ihr die Möbelfront nach oben wegziehen. Manchmal sind dort drunter noch ein paar Klebepads. Die sind mit Kleppverschluss vorgesehen, da geht es etwas schwieriger abzuziehen. Und unten ist die Holzfront nur eingehangen. Nun habt ihr genügend Platz und kommt an die untere Klappe. Dazu müsst ihr oftmals noch unten eure Sockelblende von der Küche entfernen. Und an dieser unteren Metallklappe habt ihr links und rechts nochmal eine Druckschraube. Auch diese Schraube wird herausgeschraubt. Wenn ihr beide Schrauben entfernt habt, könnt ihr diese Metallblende nach vorn wegziehen. Die sitzt manchmal etwas straffer. Dann nimmt man einen Schlitzschraubendreher und hebelt die leicht nach vorne. Dabei kann man auch nichts verbiegen. Hinter dieser Blechfront befindet sich noch ein Filz. Den zieht ihr einfach weg. Und schon habt ihr die Bodenwand eures Gerätes erreicht und könnt das Wasser mit einem Handtuch oder einem Schwamm entfernen. Natürlich hilft es nicht nur dieses Wasser zu entfernen, sondern man muss schauen, wo es herkommt. Dazu schaut ihr euch am besten mal euren Pumpensumpf an. Oftmals verzieht der sich allerdings erst bei hohen Temperaturen. Und dies führt an dieser Stelle zu einem Wasseraustritt. Dies ist ein relativ bekanntes Problem bei einigen Geschirrspülern. Und dafür gibt es auch Abhilfe. Hier seht ihr den Geschirrspüler von innen. Und zwischen diesem Plastepumpensumpf und diesem Edelstahlgehäuse wird einfach eine weitere Silikondichtung eingelegt. Damit ist das Problem beseitigt. Dazu müsst ihr den Sprüharm entfernen. Und diese vier Schrauben, die dort sitzen, die schraubt ihr einfach komplett raus. Die könnt ihr weg tun. Die werden auch ersetzt. Denn auch dafür gibt es einen Umbausatz, weil das Problem vom Hersteller erkannt wurde. Bei neueren Geräten sollte das nicht mehr auftreten. Um besser heranzukommen, hebt ihr natürlich diesen oberen Sprüharm ab. Das geht manchmal ein bisschen schwierig. Dann nehmt einfach noch den oberen Korb mit raus. Den könnt ihr einfach entfernen. Und den Wasserverteiler am hinteren Ende einfach ausrasten. Bei der Gelegenheit natürlich vielleicht auch gleich noch mit sauber machen. Da sammelt sich auch immer ein bisschen was ab. Danach müsst ihr an dieser rechten Plastennase mit dem Katermesser am besten diesen kleinen Rand wegschneiden. Sieht man hier gerade nicht so gut in dem Video. Aber leider hatte ich nur eine Hand frei, weil ich mit der anderen Hand gefilmt habe. Da macht sich das immer ein bisschen schwierig. So, und hier haben wir den Umbausatz. Der kommt auch nochmal komplett mit Beschreibung. Dazu sind vier neue Schrauben. Wie gesagt, hier liegt die Beschreibung bei, was man an Werkzeug benötigt. Und auch nochmal, wie es funktioniert und was alles dabei ist. Und das hier ist die neue Silikondichtung. Dieses kleine Fädelwerkzeug ist dabei. Ich mache es immer so, dass ich erst die geschlossene Seite durchführe. Soweit, bis die kürzere Seite wieder rausschaut. So, dann schaut sie raus. Dann kann man da diese Silikondichtung dazwischen fädeln. Achtet bitte darauf. Dieser Edelstahlrand ist relativ scharfkantig, dass ihr euch dort die Finger nicht blutig schneidet. Das ist selbst mir ab und zu mal passiert. Dann einfach wieder durchfädeln. Das braucht manchmal ein, zwei Versuche. Und schon könnt ihr die Dichtung dort relativ einfach drüberziehen. So, das Werkzeug kann weg. Dichtung über diese Verschraubung legen. Und vorsichtig straff ziehen, dass sie nach unten rutscht. Wie gesagt, achtet dabei ein bisschen auf eure Finger, dass ihr euch nicht schneidet. Das gibt immer scharfe Schnittwunden, wie bei einem Blatt Papier. Blutet extrem stark, aber ist eigentlich nicht so schlimm. Wenn es schwierig geht, könnt ihr diesen Plastepumpentopf ein wenig nach unten drücken. Das ist auch kein Problem. So, und schon ist die Dichtung durch. Auf der anderen Seite natürlich genau das gleiche Prozedere. Nehmt dazu wieder dieses Werkzeug. Schiebt es durch, bis eine Seite rausguckt. Silikondichtung einlegen. Und wieder durchfädeln. Das ist schon ein bisschen gebogen. Das macht sich eigentlich relativ gut mit diesem Werkzeug. Sinnvoll ist es auch, diese Schmutzreste, die dort vielleicht noch dazwischen hängen, etwas zu entfernen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass diese Dichtung auch wirklich anständig abdichtet. So, achten, dass sie richtig sitzt. Und dann vorsichtig straff ziehen, den ganzen Spaß. Danach schiebt ihr die Dichtung einfach nach unten. Dort ist schon eine vorgesehene Rille und sie passt sich automatisch an. Die Dichtung muss komplett verschwinden, dass ihr sie nicht mehr seht. Wenn das passiert ist, nehmt ihr die neuen Schrauben, die dazu geliefert wurden und schraubt den Pumpentopf wieder fest. Ich mache das ganz gerne über Kreuz. Aber wenn ihr die Schrauben nacheinander festdreht, ist das auch nicht weiter schlimm. Und dann einfach alles wieder zusammenbauen, wie es vorher war. Es gibt noch einen weiteren Grund, wo das Wasser herkommen könnte. Dazu öffnet ihr mal euren Geschirrspüler. Schaut dann hier auf der linken Seite an dem Salzbehälter. Öffnet diesen Salzbehälter, also die obere Verschraubung. Nehmt diese ab und dann schaut euch mal diese Überwurfmutter an. Manchmal ist es so, dass diese Überwurfmutter auch locker ist. Das ist ein ganz normales Gewinde. Darunter sitzt eine Dichtung. Auch diese Dichtung kann undicht werden. Aber häufig ist es so, wenn sich der Deckel vom Salzbehälter etwas festzieht und man löst diesen, dann wird auch diese Überwurfmutter locker und wenn ihr diese dann wieder festzieht, ist das Problem ebenfalls behoben. Es gibt noch eine weitere Ursache, die zeige ich euch jetzt. Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man die Behälterundichtheit an einen Bosch Siemens Geschirrspüler beseitigt. Dazu gibt es einen Reparatursatz. Ihr nehmt die alten Dichtungen heraus, säubert alles, nehmt euch aus dem Reparatursatz die Fadendichtung, achtet bitte darauf, es sind zwei verschiedene Längen, es liegt aber einer Beschreibung bei. Nachdem ihr alles sauber gemacht habt, nehmt ihr die Fadendichtung für die Seite und fädelt die in die Öffnung ein. Am besten nehmt ihr dann noch einen Schlitzschraubendreher, um diese Fadendichtung richtig hinein zu drücken. Nachdem diese Dichtung sitzt, gibt es noch eine zweite Gummilippe. Die setzt ihr, wie die alte auf dem Rand saß, genauso wieder auf. Hier seht ihr nochmal, wie die Gummilippe drauf sitzt. Danach nehmt ihr die neue Folie, klebt sie auch wieder an die Seite an und fädelt die Folie hinter die Elektronik. Die soll bei erneuter Undichtheit verhindern, dass Wasser auf die Elektronik läuft. Sind alle Dichtungen und die Folie drauf, nehmt ihr die Metallschiene, die für die Seite vorgesehen ist, führt sie vorn in die Führung ein. Diese drückt nur von der Seite gegen die Plastik, sodass diese nicht mehr abklappen kann und undicht wird. Am hinteren Ende wird die Metallschiene einfach nur eingerastet. Diese Geräte werden auch relativ häufig an der Rückseite undicht. Dort ist das Prozedere ähnlich. Entnehmt zuerst die alten Dichtungen, reinigt die Übergangsstelle vom Plasteboden zum Edelstahlbehälter. Danach fädelt ihr wieder die Fadendichtung ein. Setzt die Gummilippe wieder auf. Anders als bei der Seite müsst ihr hier die Schrauben links und rechts entfernen. Habt ihr die Schrauben entfernt, gibt es eine weitere Metallschiene und zwei neue Schrauben. Diese Metallschiene schraubt ihr einfach mit den neuen Schrauben an den alten Löchern fest. Zu guter Letzt wird noch ein neuer Sprüharm mitgeliefert. Ihr nehmt den alten heraus, setzt den neuen ein und fertig ist die Reparatur. Wenn ich euch mit diesem Video helfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Und dann könnt ihr die Neue Turr. Hier ist der Schrauben der Röder. Und dann könnt ihr die Schrauben auch kurz vorgehen. Und dann wird es mich noch mit dem Video laufen. Und dann müsst ihr die Schrauben zur Schrauben welder sein. Und dann könnt ihr die Schrauben und dann wieder ein Ab recipe machen. Und dann könnt ihr das Röder Egg Cauce ausprobieren. Dann könnt ihr euch mit dem Video gehen.